willkommen und heute werden wir ein bisschen darüber reden wie wie funktioniert das auf einem money workbook was macht man da was könnte passieren was hat was ist passiert und was für veränderung ist bei euch passiert und ich wollte einfach die zeit nehmen wirklich ich habe mit euch sehr viel geredet während diesen vier wochen oder wie lange wir hatten und es war einfach wirklich schön zu sehen wie die schrittweise sachen sich ja natürlich verhandelt haben aber auch wie er andere sachen empfangen habt und wie sie sachen wirklich so man könnte es auch magisch sich verhandelt haben oder einfach einfacher zu euch gekommen sind und wenn jeder irgendwie teilen möchte was bei euch passiert und wie was für ein kurse sein ist wirklich für mich persönlich und auch dass wir auch wirklich das auch willig sind mit der welt zu teilen denn je mehr man teilt desto mehr passiert das auch weil leute wissen gar nicht was wirklich möglich ist wenn es zum geld kommt weil manchmal hat man sein das leben vielleicht ähnliche sachen oder ähnliche schwierigkeiten gehabt und ja es ist möglich habe selbst gesehen vor sieben jahren wo ich angefangen an dieses thema zu ändern nach ein paar monaten kam die veränderung wirklich da und ich habe einfach weitergemacht ständig weitergemacht und das money workbook wieder mit euch zusammen zu lesen war für mich genial ich bin so dankbar dass mit euch durchgemacht haben und durchgelesen und durcharbeitet der für mich ist es auch sehr sehr viel passiert mehr als ich geglaubt hätte und und sehr viel mehr bewusst dann bekommen was doch alles möglich ist mit geld und natürlich habe ich meine persönliche anzeigen mit dem ich arbeite und ich so jeder von euch der teilgenommen und was mitgeteilt hat und und einfach darüber geredet hat hat für mich persönlich auch was beigebracht und deswegen bin ich unheimlich glücklich in diesen gruppen auch zu arbeiten und vor allem mit euch weil ihr wart einfach verrückt spaß und willig zu gehen in anderen richtungen die die leute nicht die magische zulassen was auch wirklich möglich ist und ich würde wirklich nur anfangen überall wo ihr irgendwie vielleicht in letzter zeit weniger empfangen habt oder zugelassen habt weil wir nicht mehr im kurs sind oder weil da ein alltag wieder da ist können wir das zerstören und einfach dieses empfangen und diese energie ich einfach wieder größe machen und endlich machen und endlich in die ganzen universum dass wir damit wir noch viel mehr empfangen können und willig sind auch nach viel mehr zu fragen denn die fragen sind wirklich mag ich kann das wirklich nur betonen fragen stellen je mehr man fragen stellt irgendwann die energie von fragen auch und dann kommt das in die frage ist es ist ein sein mehr als zu stellen wo man energetisch das einfach spüren kann dass die da ist die fragen aber es einfach üben 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 was ich gemerkt habe das universum hört wirklich zu und aber wenn wir glauben wir müssen eine gewisse zeit bekommen oder es sollte ja nach einer woche funktionieren dann funktioniert es leider wahrscheinlich weniger und über wo man irgendwo eine ansicht hat wie man es empfangen wird wann man es empfangen wird wo man es empfangen wird oder von wem das alles zerstören und kreieren ja ja und einfach willig sein mit dem ganzen universum zu kreieren und fragen zu stellen und spaß zu haben und willig sein nach komischen kreationen wenn ich nicht nur mal mehr als man glaubt möglich ist einfach unendlich viel willig sein einfach testen was ist denn noch möglich einfach probieren einfach schon bin ich willig noch nach mehr zu fragen als ich glauben kann dass es möglich ist wenn es nicht möglich ist man glaubt dass es nicht möglich ist können wir das zerstören und kreieren ja also was sind eure erfahrungen was möchtet ihr euch gerne mit anderen leuten teilen oder mit mir oder mit uns allen zusammen weil die wunderschöne gruppe ist ja hier und zwar ist es bei mir also viel leichter der umgang mit geld geworden und dann habe ich aber ja irgendwas wir schulden auch aus der vergangenheit eine menge leute geld und die sind jetzt alle wieder da obwohl ich die schon mal vergessen hatte also es einfach abgehakt hatte wie gehe ich damit um also das ist ganz permanent von der energie her also die belasten mich jetzt richtig ich war für mich war das weg es war total weg und das ist jetzt wieder bekommen also es war ja nie total weg wenn da wirklich schulden sind ja aber von meinem empfinden her also du hast es wahrscheinlich vergessen wollen auch irgendwann ja ja okay bist du willig einen plan zu haben um das zurück zu zahlen ich hab mir die schulden die schulden mir geld und dir geld das habe ich nicht verstanden ja die schulden mir geld und was ist das problem dann ja die sind jetzt alle wieder um mich rum die energie ich sehe leute an die ich gar nicht mehr gedacht habe ja aber nur im traum und was möchtest du ich möchte eigentlich dass sie mein geld zurückzahlen hast du mit denen geredet die sind für mich nicht mehr präsent ich bin weggezogen und die sind überhaupt nicht mehr präsent ich weiß auch gar nicht wo ich die erreichen könnte naja entweder du machst da irgendwas und schaust ob du die erreichen kannst oder nicht oder muss auch für dich entschließen das einfach loszulassen man muss damit sich selbst einen beschluss ziehen was mache ich mache ich weil natürlich kann man leute meistens finden das ist ja eigentlich kein problem mit dem ganzen internet und alles mögliche es gibt möglichkeiten leute zu erreichen du kannst dich entweder entschließen das zu tun oder du musst auch entschließen hey ich lasse das einfach los es ist kein problem aber manchmal wird dann deine deine den kopf dir auch ein paar interessanten sachen da hoch bringen weil natürlich das könnte ja eine lösung sein für deine geld sachen oder noch möglichkeiten und da muss einfach schauen was bist du bereit zu machen um dein geld zu bekommen und möchtest du das machen oder möchtest du das loslassen loslassen okay so überall wo du das wo irgendwo in dir nicht willig ist das loszulassen weil das wäre doch gut wenn du ein geld bekommen könntest können wir das zerstören und umkriegen ja good and bad right wrong put and puck all nine schwarz boys schwarz boys mich und überall wo du wirklich diese geister und diese energie gegen dich zu benutzen damit es dir schlecht oder damit du dich nicht wohlfühst bist du bereit das zu zerstören und umkrieren und das für dich zu ändern das ist ein beschluss für dich selbst ja good and right wrong put and puck all my shirts boys and young wenn ich mich beschütze nein nein das lasse ich jetzt los wenn die energie noch wieder hochkommt was ich auch mache ich benutze die werkzeuge hey überall wo ich das noch signifikant mache oder problematisch mache dann zerstöre ich und umkrie das und dann schicke ich das wieder zurück und interessante ansicht dass ich hier eine ansicht wieder habe oder dass ich hier reagiere oder dass ich hier ein gefühl habe also mache ich das auch ab und zu einfach als beispiel okay danke es kommen sachen hoch nach so einem kurs man muss einfach weiter arbeiten wollen ja das war zehn jahre weg ich war total erstaunt dass das jetzt auf einmal so wieder präsent war super wir reinigen ja wenn man sachen reinigt dann obwohl man nicht nicht glaubt dass es da ist ist ja da weil man vielleicht nicht ständig daran denkt bedeutet es nicht dass es nicht da ist und das system belastet also es kann unbewusst schon eine belastung sein für dich obwohl du das vielleicht verdrängt hast oder vergessen hast deswegen ist es so wahnsinnig gut dass da hochkommen damit man das ändern kann okay dankeschön genial danke dir ja das hat mich also jetzt die ganze zeit verfolgt irgendwo verstehe ich verstehe ich wirklich super wer möchte noch was teilen was so passiert ist ich wer ist ich christine hi ich sehe dich ganz komisch ganz komisch ich bin nicht nicht klar oder sehr unklar was sagst du so ein schatten von dir oder so ein bisschen was aber ich weiß nicht warum es ist kein publikum aber ich hoffe ein positiver schatten ich sehe ein riesengroßes lächeln das ist schön okay ja ich war ja in wirklichkeit nie dabei weil ich immer ja ich erkenne nur die aufzeichnungen ähm weiß jetzt gar nicht wie ich fragen also mir fehlen immer die fragen und was bei mir seit tagen hochkommt mein sohn ja schuldet mir jede menge geld und es ist immer so ich bin so froh dass ich dich habe mama und das auto ist auf mich geschrieben und er hat jetzt ein neues auto und dann denke ich mir mein gewahrsein sagt es ist völlig egal und mein kopf sagt scheiße wieso zahlt der kerl nicht ich bin stinkesauer und ja ich habe vorher noch Boden packt und irgendwo wurmt mich das verstehst du wurmt mich das was sind die sachen die du erlebt hast im kurs also es ist nicht diese stunde ist nicht nur um neue facilitieren es ist wirklich darüber zu reden was ist im kurs passiert was für ein gewahrsein hast du bekommen welche vielleicht werkzeuge benutzt du es ist wirklich vor allem ich will jetzt nicht durchgehen für jede person und individuell jetzt facilitieren das können wir gerne auch machen ja ja was ist denn passiert im money workbook für dich persönlich was ist dir klarer geworden für die sachen mit deinem sohn was möchtest du damit machen was sind die veränderungen was könntest du mit anderen leuten teilen die gerne vielleicht sich überlegen an diesem money workbook zu lesen oder was ist für dich alles ich bin ja ständig dabei alles nachzuholen durch meine familie die ich jetzt übersiedelt habe meine kranken eltern jetzt war das alles blockiert höre mir ständig die clearings an verdiene derzeit kaum geld durch meine familie aber ich habe so das gewahrsein es kommt was auf mich zu und ich weiß noch nicht was und ich spüre so in mir sehr wohl das geld und ich weiß und ich tue aber gar nicht viel dafür und ich habe so das tiefe vertrauen und der verstand sagt aber money come money beziehungsweise das mit meinem sohn das ist hin und wieder ins präsent wo ich mir denke es nervt mir meldet sich nicht mal weiß ich ja das schlechte gewissen und mein gewahrsein sagt es ist egal gut ist doch schön wenn es leichter ist oder nicht ja wie ist es für dich das buch gelesen zu haben ich bin noch nicht ganz durch weil ich eben die zeit jetzt fehlt durch meine kranken eltern aber ich bin mitten dabei also du hast fünf minuten jeden abend bevor du ins bett gehst das lesen kannst ja tue ich ja mag ich ich kann wirklich das nur empfehlen oh ein hund hier der möchte gerne prallinen stehlen das geht nicht sorry und einfach wirklich schauen eine sache auch würde ich euch allen empfehlen wenn ihr ins bett geht vielleicht eine woche lang oder einen monat lang das implant band und money und was das habe ich nicht verstanden implant band von bars ja und money money okay oh okay okay ja danke und was mir so ich würde mir mehr Fragen wünschen oft ja dann frage ich frage ich und dann denke ich oh was fragen die anderen es ist irgendwie gehen mir dann die Fragen aus was ich meistens mache ich meine ich schreibe mir vielleicht zehn Fragen nieder also wir haben ja viele rausgeschickt ja und im Buch stehen einige auch und die habe ich mit mir also nehme ich die einfach mit und dann bin ich in eine Energie die ich ständig ein bisschen einfach Fragen stelle so mache ich es auf jeden Fall gut danke Lisen danke Christine viel Spaß ja danke habe ich ja es ist wirklich einfach mehr mit sich es ist auch ein Entschluss allgemein für euch allen es ist wirklich will ich sein die Zeit zu investieren einfach damit zu arbeiten und ich weiß ja ich weiß noch vor dem ich weiß nicht wer das war aber nach dem ersten Call das wir hatten dazu habe ich immer auf Facebook geschrieben ich habe meine ersten Klienten bekommen ich habe meine ersten Sitzungen und solche Sachen und das war einfach wunderschön zu hören und ich möchte gerne dass wir diese Sachen teilen mit allen wie ist es für dich gewesen mit den wie du Fragen gestellt hast jetzt an allen wieder was könntest du dir welch sagen was anders ist für dich solche Sachen können wir Leuten auch beitragen was möglich ist wenn man Fragen stellt oder auch was als Buch ich meine ich kann jetzt eine Stunde lang darüber reden was für mich so verändert hat durch dieses Call und das kann ich ja tun und ich werde wahrscheinlich auch noch machen weil es einfach fantastisch energetisch ist einfach dieses Money Work durchzulesen und ich möchte gerne von euch was hören deswegen haben wir auch ich kann gerne was sagen Dankeschön Dankeschön Ja 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 Okay Theresa Theresa Hallo Hallo Ja also bei mir hat sich ja wahnsinnig viel getan ich hatte da ja auch schon so ein paar Sachen gepostet in unserer Gruppe und also es ist ganz 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 viel also so viele neue Aufträge aus komplett neuen Richtungen dann auch wieder eine Schauspielerin mit der ich vor Jahren mal gearbeitet habe die jetzt unbedingt wieder mit mir arbeiten will und die hat heute nochmal angerufen und jetzt einen klaren Termin gemacht das sind so Sachen gewesen die haben sich als wir in der nach der ersten Woche hat sich so ganz viel gezeigt das interessante ist dass jetzt so diese Projekte wirklich danach schreien in Action zu gehen ja und das ist auch nochmal interessant weil da habe ich eigentlich jeden Tag auch so Fragen gestellt okay wie könnte das jetzt noch leichter sein das Projekt oder was für ein Beitrag könnte ich für das Projekt sein und jetzt habe ich am Wochenende noch gelernt dass man auch mit seinen Projekten reden kann ja dass das ja auch Entitäten sind und ich habe eigentlich glaube ich jeden Tag man kann mal ansehen ja finde ich geil also ich habe jetzt damit angefangen ich habe eigentlich jetzt auch jeden Tag nach Geld gefragt oder wie mir jetzt auch sofort Geld begegnen könnte und natürlich hat jetzt hier keiner an der Tür geklingelt und mir einen Scheck überreicht aber alles was ich mir so im Access gewünscht habe auch so was ich hosten wollte wie auch immer da sind 50 Millionen Geschenke auf mich zugekommen alles ist da eigentlich jetzt erfüllt worden dann hat es jetzt angefangen ich habe eigentlich so gedacht naja Bars Facilitator ist das meins ich habe immer Fragen gestellt jetzt kommen aber Leute die sagen sie möchten bei mir einen Bars Kurs machen ups und ich habe jetzt diese Woche Sessions ja also es kommen die ersten Leute die unbedingt mit mir arbeiten wollen und dann denke ich okay ja was für ein Beitrag darf ich dann noch sein und und der Money Kurs war da definitiv der Auslöser dass es jetzt nochmal ganz ganz andere Möglichkeiten gibt und ja es gibt tausend Sachen die irgendwie so passiert sind ich kann das kaum in Worte fassen ich habe heute noch ein Gespräch mit einer total bezaubernden Person gehabt die mir angeboten hat auch ganz tolle Projekte zu machen und was schöneres könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen also sowas passiert dauernd und wow ja und wie kann es noch besser werden ich hatte ja glaube ich auch erzählt dass ich so ein Projekt da habe ich wahnsinnig viel verdient das habe ich vor drei Wochen habe ich das aufgegeben weil ich gemerkt habe es ist nicht mehr stimmig und das war eigentlich das Beste was ich habe machen können weil klar kann man das jetzt nicht in Summen bemessen aber ich glaube gerade passiert so viel mehr ja und natürlich sind das Dinge die noch so ihre Zeit brauchen ja aber ich glaube diese Bereitschaft ja also einerseits das merke ich gerade und dass ich aber auch dranbleibe und dann in Action gehe also dass ich nicht nur mir im Kopf denke okay das müsstest du jetzt machen nee ich setze es um ja das das merke ich gerade dass das total wichtig ist aber es ist interessant wenn man anfängt neue Ideen und neue Projekte zu bekommen man braucht ja das Action sonst passiert ja nicht sehr viel total ja also manche Sachen wie gesagt durch Fragen stellen bin ich dann auch in eine bessere Action gekommen ich musste zum Beispiel ein Angebot erstellen ja und das ging eigentlich immer schon gut aber ich habe dann angefangen Fragen zu stellen okay wie kann ich das jetzt so formulieren dass es sofort ankommt und wie kann ich es noch leichter formulieren und eigentlich war ich dann so nach 10 Minuten fertig mit dem Angebot wo ich normalerweise vielleicht anderthalb Stunden gebraucht hätte ja und ich glaube ja das ist super danke danke dir macht Spaß danke dir ja bei mir ist auch einiges passiert ja ich habe erstmal finde ich ich bin mehr bereit aus meiner Komfortzone raus zu gehen und einfach I don't care ja ich mache es jetzt einfach und dann habe ich dann am Ende des Money-Kurses mein Haus verkauft das schon fast ein Jahr auf dem Markt war das habe ich gesehen das war so spannend ein Jahr auf dem Markt und verkaufst du sie so oh my god das ist gut und ich habe fast den ganzen den vollen Preis bekommen wow wir haben ja so ein Angebot geschickt und dann durch den Immobilienmakler und dann habe ich den direkten Angebot zurückgeschickt und mein Immobilienmakler meinte die kommen bestimmt nochmal zurück aber die haben das dann also direkt angenommen und ja dann hatte ich noch eine andere Gelegenheit eine Bekannte von mir die ist ein Psychic ich weiß nicht wie man im deutschen auf jeden Fall die wird in einem Dokumentarfilm sein wahrscheinlich dauert das noch so ein Jahr wir haben da gerade mit angefangen und die hat mich dann angerufen und sagte sie würde gerne mit mir einen Kurs machen ich unterrichte Reiki und dann sagte sie kann ich mit dir den Reiki Kurs machen und wir bringen dann die Kamera und dann nehmen wir das alles auf und dann machen wir auch noch ein paar Interviews und dann bist du dann auch in dem Dokumentarfilm und ja und ich habe auch noch ein paar andere Kurse jetzt und irgendwie ist da viel mehr Bewegung viel mehr Leute, viel mehr Anrufe und ja viel mehr Interesse ich kann noch nicht so genau sagen dass da jetzt so extrem viel mehr Geld rausgekommen ist aber es auf jeden Fall viel viel mehr Bewegung in der ganzen Sache der Ausverkauf war nicht schlecht ja, der war super ich weiß noch nicht wo ich jetzt hingehe aber das wirft sich dann auch noch alles manchmal dass man das nicht 100% weiß ich weiß auch nicht immer alles wo ich hingehe das ist so schön ja alles perfekt unter dem Weg ey, der Weg ist das schönste ja so ist das viel Turmol ja viel Bewegung, viel Veränderung viel Veränderung, ja nein ja danke guck mal wer möchte noch teilen? ja, ich könnt ihr mich hören? ja, könnt ihr mich hören? ja, könnt ihr mich hören super ja, also ich glaube das größte Geschenk warte mal irgendjemand im hinteren Grundgeroll ich schau mal ob ich gerade Anja 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 Anja, liebe Anja hallo, hi oh oh die Christine wollte gerne mal ... natürlich gehen die Hände hier raus ok wer ist dran gerade am reden, den Anja oder ne wer war dran oh shit oh Gott schau oh nur 20 Meter sie betont das wir haben noch gemütet wir haben dich nicht ja ich bin dran aber äh äh ich bin noch ein bisschen Moment einmal Ich höre noch ein bisschen zu, okay? Ich komme jetzt gerade erst rein, Leute. Ich mache dich mute, weil du hast Hunde wahrscheinlich im Hintergrund, ne? Aber er ist schon draußen, genau. Ja, meine gehen los jetzt auf dem Geräusch. Genau, jetzt ist es besser. Bis später, Anja. Ich mache dich jetzt gerade muted. Alles klar, okay, danke. Bitte. Okay. Das größte Geschenk für mich bei der ganzen Geschichte ist, dass ich total ruhig mit dem Thema Geld umgehe. Also ob da jetzt Rechnungen von Kunden nicht bezahlt sind oder so, oder größere Ausgaben kommen, ich bin immer so in dem Gefühl, ja, das wird alles gut. Und was ich aber merke, ist, dass es für mich immer noch ein Gewöhnungsprozess ist, in die Frage zu gehen. Und ich das quasi jetzt regelmäßig mit meinem Business mache und ich mich mal da hinsetze. Und da habe ich eine ganz witzige Geschichte. Ich setze mich dann hin und schreibe das auch ganz gerne auf, meine Fragen. Ja. Und mein Business antwortet mir immer auf Englisch. Und das finde ich echt putzig, weil ich bin eigentlich nicht so derjenige, der so gut Englisch kann. Das ist so witzig. Ja, und dann habe ich ihn auch gefragt, was ist jetzt als nächstes dran und was will es? Und auch immer in Bezug auf Geld. Und das sind ganz viele Sachen, wo ich manchmal gar nicht denke, wie, das soll jetzt Geld kriegen? Aber ich mache es einfach und es geht total leicht und ich habe ganz viele Sachen, die auf mich zukommen. Also wo ich vielleicht jetzt in diesem Moment noch keinen Umsatz habe, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass ich da viel Umsatz daraus ergeben könnte und eben viele anfragen, willst du das mit uns machen, willst du das mit mir machen? Und das ist total klasse. Und ich glaube, das erste richtige Erfolgserlebnis war, da habe ich das Buch vor dem Kurs noch gelesen und hatte zwei Tage später drei neue Kunden. Das fand ich toll. Wow. Es ist witzig, dass wir ein Buch lesen, weil kaum einer glaubt, dass es wirklich was passieren kann, nur ein Buch zu lesen. Aber ich kann es persönlich auch sagen, es funktioniert auf eine komische Art und Weise. Ich weiß nicht warum, aber genial. Hast du weitergelesen? Also ich bin jetzt angefangen, es ist das dritte Mal zu lesen. Wow, das ist cool. Yes. Ich habe fest gemerkt, dass es ein Unterschied, ob ich Englisch lese und in Deutsch kommen verschiedene Sachen hoch. Ich will in Englisch wieder lesen. Ich habe jetzt auf Deutsch, glaube ich, zwei oder dreimal durchgelesen. Das ist sehr interessant. Jetzt komme ich noch nicht mehr Englisch. Wahrscheinlich mache ich ihn in Spanisch, vielleicht suche ich ihn in Spanisch. Ich weiß es noch nicht. Wow, super, Christine. Ja, danke dafür, dass du das mit uns gemacht hast. Klasse. Wie viel noch mehr Magie sind wir, will ich zu sein? Denn was würde passieren, wenn wir nur einen Satz lesen oder eine Frage stellen und das fängt einfach eine riesen Bewegung an von Kreationen, Geldmöglichkeiten, Kunden und wir können es nicht mehr ahnen, dass es so einfach sein kann. Können kann. Wow. Ja, und diese Ungeduld ist irgendwie weg. Auch wenn man weiß, da könnte jetzt was kommen oder da soll was kommen, aber ich vorher immer so duf, 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 jetzt macht mal zu und jetzt sieht man. Manchmal denke ich gar nicht dran und kommen ganz andere Sachen. Das finde ich toll. Das gefällt mir am meisten im Moment. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Mehr davon. Ja, gelassen seid. Nice. Danke, dass du es teilst, Christine. Also ich hätte auch noch eine Geschichte. Hi Marcel. Hallo Lisen. Ich bin ein bisschen spät dran. Das ist okay. Man ist nie spät dran. Also ich weiß nicht genau, wann das eigentlich war. Also ich habe jetzt das Money Workbook zum zweiten Mal durch so auf die Aussage hin. Wenn man das hundertmal durchliest, wie viel hat man dann? Eine Million oder 100 Millionen? Ich war mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall lese ich das jetzt hundertmal. Definitiv. Mal gespannt, was passiert. Was? Ich bin mal gespannt, was dann passiert, wenn ich das hundertmal durch habe. Ich auch. Auf jeden Fall habe ich so, ich glaube, Anfang November, Quatsch, Ende November, Anfang Dezember habe ich entschieden, ich gehe zu dem Erdkurs, den Gary und Dane halten. Und ich hatte das Geld nicht ansatzweise dafür. Also gar nichts. Wow. Und ich habe es gerade bezahlt. Wirklich? Ja. Wow. Glückwünsche. Danke. Ja, das Geniale ist ja, ich verdiene ja größtenteils nur Geld über Access, also mit Sessions und mit Kursen, die ich halte. und das hat sich jetzt so ergeben, dass ich damit so viel Geld verdient habe in kurzer Zeit wie noch nie eigentlich. Und ich so, okay, den habe ich jetzt und dann mache ich jetzt noch das und das und das und das. Okay, Universum, zeig mir, wie ich da auch noch hinkomme. Das ist witzig, weil du entscheidest, ich möchte da hin, ich möchte was dafür kreieren, ich mache das und dann kommt das Ganze an. Das ist wirklich interessant. Und ich weiß noch, wir haben darüber mal geredet mit dir auch, dass du hast, was du brauchst, aber dann stoppst du auch die Möglichkeit, noch mehr zu kreieren und noch mehr zu empfangen. Ja, deswegen frage ich jetzt direkt nach dem nächsten Kurs und nach dem nächsten, nach dem nächsten, damit ich nicht aufhöre. Ja. Also es ist genial. Das ist eine Möglichkeit, ist ja super. Gehst du nach Houston? Nein, nein, ich mache das live von daheim aus. Ah, super. Wow. Aber. Das gefällt mir. Das ist genial. Das ist so schön. Danke, Marcel. Alter, wieder gerne. Na? Lese weiter. Ich meine, es braucht auch noch mehr zu lesen. Ich werde manchmal auch ein bisschen faul. Dann mache ich das nicht mehr. Oh, ich mache es jetzt so. Wirklich alle zwei Wochen, einen Tag nehmen, das Buch komplett durcharbeiten. Das ziehe ich durch. Gefällt mir. Also danke dir. Danke, Marcel. Super. Wow. Ja, ich kann mich eigentlich nur an die Christine anschließen. dass diese Existenzängste einfach weggegangen sind. Egal, ob jetzt mehr da ist oder weniger da ist. Wow. Und dann habe ich, das hatte ich dir, glaube ich, auch schon erzählt, hatten wir uns das so kreiert, dass mein Mann eben jetzt von der Selbstständigkeit in die Angestelltenposition rutscht. Also heute hat er den Arbeitsvertrag in Auftrag gegeben. Congratulations. Ja, echt super. Wow. Das Einzige, was ich noch festgestellt habe, wo ich mich begrenze, das wird mir jetzt bewusst. Und das finde ich genial, dass mir das bewusst wird. Das heißt, jetzt kann ich es auch auflösen. Und wenn ich jetzt mehr verdiene, dann muss ich ja auch mehr Steuern zahlen und dieses mehr zahlen und jenes mehr zahlen. Das ist mir bewusst geworden, dass ich da dieses Rädchen habe. Und genau, da arbeite ich jetzt dran, das auch zu lösen. Ja, weil wenn du ganz viel Steuern zahlen musst, gibt es auch sehr viele andere Möglichkeiten mit den Steuern, die man gar nicht weiß. Und ich kann nur sagen, dann wird es auch Spaß, damit umzugehen. Ich hatte am Anfang das auch ein bisschen, aber dann habe ich es losgelassen und ich bin bereit, sehr viel Steuern zu zahlen. Und dann gibt es auch andere Ausgaben natürlich auch und andere Möglichkeiten, weil die Steuern sind ja nur das Kleinste. Man hat ja viel mehr verdient selbst. Ja, genau. Und wie hat mein Vater früher immer gesagt, er zahlt gerne eine Million Steuern, weil das heißt ja, dass er dann zwei Millionen verdient. Genau. Und dann zieht man woanders hin dann. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mit meinem Mann eben das Money Workbook kapitelweise angefangen aufzunehmen. Yes. Und habe mir das Money Workbook, das deutsche und das englische mit Leerblättern und mit den Clearings als Ringbuch bin gebunden, binden lassen. Okay. Um für mich mehr Leichtigkeit damit zu haben, damit zu arbeiten. Das ist super. Und das dann noch. Heute Morgen war wieder so eine leichte Schwere und dann habe ich nochmal die Clearings, die die Sabine so toll aufgenommen hat, gehört und die Schwere war sofort weg. Wow. Ja. Da benutzt du es. Dankeschön. Danke dir. Sternchen, ich habe dich wahrscheinlich gemutet, die sagt irgendwas hier im Chat. Moment. Wir können dich anmuten, damit ihr was sagen könnt. Jetzt bist du da, Sternchen. Wer Sternchen jetzt ist. Wenn ihr was sagen wolltet, ihr war zweiter, glaube ich. Die Angelika und die Daniela, die wollen was sagen, aber anscheinend hören wir es ja einfach nicht. Warum auch immer. Ich hatte ja sie gemutet, deswegen konnten sie wahrscheinlich, aber jetzt weiß ich nicht, ob sie was machen. Naja. Ihr könnt ja was schreiben. Aber Sie können es ja schreiben. Ich kann es ja übersetzen. Sag ich hin. Sabine kriegt einiges hin. Die ist sehr kreativ. Die ist kaputt. Aber wenn sie das nicht weiß, wie man das macht, dann stellt sie eine Frage und irgendwann findet sie das heraus. Und dann hat sie auch noch einen sehr kreativen Mann, der einiges lösen kann. Sehr, sehr, sehr gute Wahl. Da kann ich gleich einhaken zu dem Thema Money Workbook und Kreation und Mann. Wir haben festgestellt, ich mache Money Workbook und wir beide haben beide so dermaßen Geld kreiert. Also das fand ich total faszinierend. Er hat im Prinzip nur die Clearance-Fragen so mit. Wahrscheinlich hat sich nachts irgendwie bei mir angeduckt. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall. Es war enorm viel passiert, sodass wir auch zu den Seven Days nach Afrika gehen können. Und ich bin mega happy und mega dankbar gewesen. Wow. Das ist so. Er hat irgendwann Korrektur gelesen auch irgendwie die Clearance. Also wir haben die Sachen noch mal Korrektur gelesen und da dachte ich mir, das ist ja cool, wie es gewirkt hat. Text, Clearance. Ah cool. Danke. Yay. Das ist schön zu hören. Wirklich schön. Ich freue mich, dass ihr da hingeht. Weißt du, wenn ihr nicht? Dann gibt es ein Team. Wir hören euch. Wir hören uns. Super. Super. Ich wurde das. Super. Also erst mal hatten wir wahnsinnig viel Spaß. Jetzt hört ihr uns nicht mehr, oder? Doch, 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 doch. Sorry. Ja, ja, ja. Was du sagst. Wir hören ganz gespannt zu. Ja. Also ich persönlich habe sehr viel Geld bekommen für die Firma. Also wir konnten, wir haben viele Kunden bekommen, die unwandig schnell ihre Rechnungen bezahlt haben. Also so was war, warum hat es dann nur noch wow gemacht. Ich konnte da gar nicht damit umgehen am Anfang, weil ich dachte, boah, das gibt es nicht. Also, hallo, es sind 50, 60, 70.000 Euro, wo da so wusch, wusch, wusch aufs Konto eingingen, wo man sonst wirklich monatlich drauf gewartet hat. Hm. Ja, war super. Wow. Ich konnte natürlich unsere Großhandelsrechnungen bezahlen, haben viel mehr Freude zu Hause, weil natürlich die Sorgen wegfallen. Ja. und hatten unwandig viel Spaß mit Daniela. Ja, hat sich viel getan. Ich habe ganz viele Gutscheine verkauft für die Ex-Spa-Sessions, für Kurse. Wow. Ja, es ist viel zu tun und ich habe gemerkt, dass man viel, viel mehr in der Frage leben darf und feststellt, dass das meine Kinder viel besser machen als ich und ich das nicht abtrainiert habe. Wie alt sind deine Kinder? 13 und 16. Oh, die? Ja. Genial. Das ist genial, vor allem die, der Große, der kreiert sich alles. Also der will Schule für 150 Euro und sagt, das kriegt er, er hat jetzt im Internet mitgemacht und wups, sind 150 Euro auf dem PayPal-Konto, keine Ahnung woher. Also es ist spannend und ich habe diese Woche bei einer Auslosung den Hauptpreis sozusagen gekriegt oder bin so einer derjenigen und da geht es um 425.000 Euro und sonst hätte ich es in den Mülleimer gekickt. Und jetzt mache ich da einfach mit und schicke das weg und was passiert? Und gewinnst du es? Ich gewinne es, genau. Das wären die unendlichen Möglichkeiten, dass wir gewinnen. Genau. Ich habe auch jetzt überlegt, dass ich mir Lotto spielen soll, weil alles, was ich eigentlich kriegen möchte, ist es meistens, aber ich, 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 ich bin ja nie. Also wie soll das funktionieren, wenn wir nicht spielen? Ich habe da auch nicht mitgespielt, keine Ahnung, das war in meinem Postkasten. Die finde ich gut an, denen schicken wir was. Das ist ja witzig. Super. Ja, bei mir ist es so, was ich überhaupt generell in allen Lebenslagen eigentlich merke, dass ich so eine, so eine unendliche Dynamik habe momentan und dass ich mich viel mehr an Dinge hintraue, wo ich vorher mir viel zu viel Kopf gemacht habe, sondern ich mache es einfach. Also ich habe eine Idee und dann denke ich immer an deine Worte und dann ist auch Action und dann gesagt und dann ist es auch so, dass mir es zum Teil total gut gelingt, dass ich nicht bewährt, was zurückkommt. Also dass ich einfach das nehme, was dann passiert und nicht sage, das ist aber jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und es haben nicht fünf angerufen, sondern nur einer, sondern das ist so, hey wow, und was ergibt sich jetzt daraus und was kann da noch passieren und das macht, das macht so viel Spaß. Das ist einfach so, so viel mehr Lebensfreude, die man da hat. das ist genial, das ist wunderbar. Was wäre es, wenn wir alle zusammen so einen Pakt machen, dass wir innerhalb von diesem Monat das Buch nochmal durchlesen? Okay. Ja. Wie interessant. Ich möchte noch mehr. Ich mache gerade den Money-Kurs mit der Julia nochmal in Englisch und wir lesen es mein Buch fünfmal und danach kommt ja dein Kurs dann wieder. Wer weiß, was noch alles kommt. Ich glaube, ich meine, diese Unterstützung, die wir wählen, ich meine, ich weiß selbst, dass ich das Buch jahrelang hatte, ein paar Mal gelesen habe, aber gar nicht so intensiv und dann habe ich gehört, mehrere Leute lesen das sehr viel und es passiert was und trotzdem habe ich da nicht angefangen, das nochmal zu lesen. Als Gary dann annonciert hat, dass er einen Kurs neu so, okay, jetzt fange ich an zu lesen und dann auf Deutsch fasziniert, das wäre doch genial und dann ist das einfach weitergelaufen, das Ganze. Ich sage, wow, aber zusammen das machen fällt mir auch leichter, noch mehr zu wählen und deswegen merke ich auch, wenn wir zusammen Sachen wählen, wow, was passiert denn da? Auch energetisch, was unterstützen wir alle? Es ist wie, als wir alle einander auch unterstützen, noch mehr energetisch diesen Space zu haben. Wow, danke Angela. Super. Noch mehr? Das gefällt mir. Dürfte ich noch was sagen? Marcel, da, yes. und zwar, was mir so genial gefallen hat, was Gary in einer Radioshow letztens auf Voice America gesagt hat, oder das ist vielleicht auch schon länger her, was ich jetzt aber erst gehört habe, er hat gesagt, jedes Molekül im ganzen Universum und vor allem die Erde will, in der Erde will uns beitragen, wenn wir bewusster werden wollen. Das heißt, wenn wir was kreieren wollen, reicht es eigentlich, einfach nur zu sagen, Universum, Erde zeigt mir den Weg, Hilfe mir das passieren zu lassen und dann zu wählen, wenn die Möglichkeiten kommen. Und das war so genial, weil das nochmal so richtig, das, ja, wenn ich einen Kurs kreieren will und so, nur so als kurze Inspiration, weil das einfach genial ist, diese Aussage. Super Inspiration, danke Marcel. Alles wartet auf dich. Und ich glaube, solange man sich kleiner macht und schlechter macht oder einfach kleiner macht in irgendeinem Gebiet, ist es schwierig zu sehen, dass alles da ist für dich, dass alles dich gerne untersteht und möchte. Wenn man willig ist, was loszulassen, was man entgegen sich benutzt, um sich schlechter zu machen oder kleiner zu machen oder unwillig ist und unbereit ist zum Pfannen, dann passiert auch mehr, wenn man das loslässt und diese Vorstellungen. Da kann man wirklich mit dem ganzen Universum auch tanzen, spielen, Spaß haben und dann funktionieren die Fragen fast, ich würde sagen, viel einfacher alles. Das ist wirklich schön. Danke. Ich mag auch noch gerne was sagen, Liesin. Ja, hallo Sonja. Und zwar habe ich auch ganz tolle Erfahrungen machen dürfen, gleich am Anfang schon, als wir gestartet sind. Ja. Und ich kann auch gleich mal erzählen, was es war, aber ich habe mir auch ein paar Dinge also sind passiert. Einmal ist ein Klingelton bei meinem Telefon, das Klingelzwein halt mal aus unerfindlichen Gründen. Da habe ich mir gedacht, weil ich nicht weiß, warum das ist und das auch nicht abstellen kann, nutze ich das zur Erinnerung, dass ich Schöpfer bin und dass ich mir alles Cooles kreieren kann. Und so habe ich jedes Mal, wenn das anfängt zu klingeln, stehe ich dann immer und denke, wie geil, wo kommt jetzt überall Geld her und stelle mir gerade eine coole Frage. Also nervt es mich nicht, sondern ich nutze es zur Erinnerung anstelle von Post-Its, weil es ja überall passiert. Wow. Genau, dann habe ich Geld, dann habe ich jeden Geldschein genommen, ich habe mir neue Geldscheine geholt, 500er, 200er, 100er, alle und habe die im Portemonnaie und die immer zu sehen, wie wunderschön die aussehen und welche coole Energie die haben. Genau, die ich nicht ausgebe. Hattest du, glaube ich, sowas auch erwähnt, total nett. Das habe ich nicht gemacht. Ich nutze, ich nutze jede Zeit, anstelle irgendwo zu warten und genervt zu sein, schöne Fragen zu stellen. Also wenn ich irgendwo warten muss oder ich im Auto fahre, genieße ich diese Zeit, für mich zu haben und Fragen zu stellen. Und was ist passiert? Es kommen Leute auf mich zu, ohne dass ich was getan habe und haben Anfragen, also Fashions zum Beispiel oder ich habe eine Budgeterhöhung heute bekommen, nach der ich nicht mal gefragt hatte. Was? Ich kriege vom Finanzheim Geld wieder, wo ich sonst eigentlich immer nur nachgezahlt habe. Also es kommen aus Quellen Gelder, wo ich auch nie dran gedacht hätte, wo ich auch nichts für getan habe in dem Sinne. Außer natürlich, in Anführungsstrichen, Fragen zu stellen. Und, ähm, klar. Genau, ich frage dann natürlich, ich freue mich auch über Kleinigkeiten, wenn nur was Kleines kommt und frage, na, vielen Dank, wie kann es noch besser werden und spüre dann, dass dadurch, wie du auch gesagt hast, immer wieder Action sich auftut, auch wie die anderen schon gesagt haben, so dass man von da aus immer wieder neu wählen kann. Ja. Und ich mir auch immer bewusst bin, genau, das ist jetzt eins, okay, wie fühlt sich das an? Hätte ich es gerne anders, welche Möglichkeiten gibt es? Hm. Und auch wie Marcel schon gerade erwähnte, also wirklich jedes Molekül wahrzunehmen, mein Auto, ähm, genau, die Projekte und zu sagen, wie kannst du mir beitragen und welcher Beitrag kann ich für dich sein und was ist da noch möglich und was brauchst du jetzt, ne? Also wirklich immer auch da, wie mit dem Lebewesen arbeiten und Fragen zu stellen. Hm. Und es tun sich ganz tolle Dinge auf, an ganz vielen Stellen, das ist ganz fantastisch. Wenn ich, also wenn ich dich reden höre, merke ich auch die Energie, da ist nicht so viel Kontrolle von dir. Es ist wirklich... Die ist auch weg. Ja, stimmt. Lässt es einfach zukommen und egal woher, auch von vielen Namen, die dürfen gerne viel Geld zahlen. Aber es ist wirklich witzig, weil das Universum wird ja diese Wirklichkeit benutzen, wenn du wirklich bist und bereit bist, das zu empfangen, kommt es von überall her. Und das Witzige ist, ich denke, sehr viele von uns benutzen unsere Kraft und Energie, um Sachen zu kontrollieren, wie wäre es eigentlich gegen uns empfangen, aber wirklich kontrollieren, so viel kann ich bekommen oder nicht. Ich denke davon ab, welche Ansichten man natürlich hat, aber es ist ja genial. Und wie schwierig will ich bis... Und auch die Situationen, die man ständig, wo man sich ärgert, stattdessen sich zu ärgern, wirklich das Benutzen zum Vorteil. Hey, jetzt geht es um mein Telefon, ich habe keine Ahnung, es ist wahrscheinlich irgendeine viele, aber vielleicht nicht. Vielleicht ist es einfach, kann man das benutzen, um noch mehr Bewusstsein zu bekommen oder Fragen zu stellen. Ich liebe das. Also genauso habe ich das Gleiche. Wirklich, entweder kann ich Fragezeigen über irgendwas, was passiert, oder ich habe Spaß damit und benutze es oder mache es damit auch. Es ist so anders. Genau, ich habe das Telefon jetzt gewechselt, auch ich habe ein neues bekommen und dann habe ich gesagt, was braucht es, dass ich bei dem neuen Telefon genau das Gleiche wieder habe. Und doch, es ist passiert und das alte Telefon habe ich meinem Sohn gegeben und habe gesagt, okay, jetzt weißt du ja, was da ist. Denk immer dran, wenn es klingelt, dass es dich daran erinnert, wie genial du bist und was du dir noch alles kreieren möchtest. Bitte? Klingelt jetzt immer noch das alte? Ja, das alte klingelt auch immer noch. Und das neue klingelt auch? Und das neue klingelt auch. Das ist sehr magisch, das ist sehr interessant. Oh wow! Verstehst du, wie früchig du bist? Ich ahne es immer mehr und ich erwache immer mehr. Ich möchte, dass mein Telefon falsch klingelt. Kling mal hin! Kling mal hin! Also vielen Dank, das war ganz toll, Liesen, auch deine unglaubliche Leichtigkeit, die du mitgebracht hast, die hat mich total inspiriert, auch immer verrückter zu werden mit den Fragen. Ja, das ist ganz klasse. Und auch dieses Action, gar nicht mehr immer nur Clearings, sondern in Action kommen und was tun und einfach Ja zu sagen. Ich wähle das jetzt, ich mache das jetzt. Ja, super, ja genau. Yes, das hat auch ganz viel, kein Versuchen, kein Vielleicht, sondern Ja, und machen. Ja, das höre ich jetzt von euch, vielen von euch, das ist wirklich das, hey, Action, jetzt machen wir es. Danke euch. Wow. Danke. Danke. Darf ich dir dann auch noch was dazu sagen? Ja, bitte. Also, sagen wir es mal so, mich hat das Universum mehr in Action getreten und zwar in eine ganz andere Art und Weise, wie ich eher sagen würde. Man würde erst mal sagen, alles ist das Gegenteil, von dem was zu sein scheint. Und zwar, ich war doch nicht so willig, so Dinge zu bezahlen oder so, ne? Und auch Hauskaufstein wollte ich eigentlich gern machen und wir haben jetzt noch keins gekauft, aber das Universum hat uns jetzt hier aus dem Haus, was wir bisher gemietet haben, ein Dritt gegeben, uns wurde gekündigt. Wow. Neben Eichenheimbedarf. Und ich muss sagen, was mich erstaunt hat, ich war jetzt nicht so geschockt, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, wie schrecklich, sondern es war so ein Kribbeln im Bauch. Ich meine, es ist jetzt schon noch etwas sehr komisch, es ist jetzt fünf Tage her und wir sind jetzt echt massiv dran, etwas zu tun, weißt du, endlich mal den Arsch hochzukriegen und sich drum zu bemühen, das zu verändern. Was auch immer jetzt kommt, also ich habe gesagt, alles offen lassen, was auch immer es ist, es ist anscheinend so, dass wir hier weg sollen und was Neues machen sollen, ne? Aber es ist schon komisch, ne? Erstmal, wenn es jemandem sagt, sagt jeder, oh mein Gott, wie schrecklich, wie schlimm, was ist euch passiert, ne? Aber es ist witzig, weil wenn ihr sowieso in Gedanken sind, was zu kaufen und dann kriegt ihr diese Absage, ist ja perfekt, ne? Dann müsst ihr was machen. Genau. Super gute Hilfe. Und macht das wieder ein bisschen langsam oder deckend viel nach oder ja, ja, vielleicht später oder sonst irgendwas. Ja, super. Aber es ist auch schön, wenn die Reaktion gehst, ja. Ja, weil es war ja gemütlich, ne? Es war eigentlich okay so und es war dieses, mir hat ja eine gesagt, die Komfortzone, ja, wir suchen, wir suchen, das machen wir noch, ne? Und es war immer so, ich hatte auch nicht Lust, das Geld dann auszugeben und jetzt sage ich mir, hey, scheiße, gar nicht, ich habe nicht mal nochmal Bock, sowas zu erleben, sondern wenn, dann würde ich jetzt wirklich gern was kreieren, ne? Wow. Wow. Das gefällt mir. Danke. Und deswegen kann ich mich der Sonja noch anschließen, was ich auch an dir wirklich liebe, ist, dass du so eine echt spritzige Fröhlichkeit und vor allem das Schnelle und das Ruselecke, das liebe ich. War total. Ich mag dieses Gebiet sehr viel. Danke, Riesen. Danke so, so viel Danke. Dankeschön, Alexander. Danke dir. Ich liebe so viel Energie hier. Wow. Wer möchte noch was teilen? Noch habt ihr eine faire Chance. Oh, gosh. Oh, ist das ja witzig. Ich schaue mir noch ein paar Clare an, die wir noch machen. Warte noch, bis ich immer noch was sagen möchte. Es kann ja auch sein, dass ihr total muted sind, weil ihr Geräusche im Hintergrund hattet, aber da muss man nur unten dieses kleines Mikrofon wieder anüten. Möchte noch jemand mit der Welt teilen, was ihr verwendet habt oder was für Gedanken ihr habt? Ja, dann möchte ich noch was teilen. Ja, ich war vor dem Kurs noch ganz, ganz stark einfach so in so einem totalen Mangeldenken. Ich habe eigentlich ständig an Geld gedacht, aber immer halt eher so, dass ich es nicht habe. Und jetzt denke ich eigentlich gerade kaum noch an Geld. Wow. Weil ich gerade, also ich denke gerade mehr daran einfach, was mir Spaß macht, ja. Und habe unglaublich viel Lust gekriegt am kreieren und einfach machen und tun und und ja, rumzuspielen schon. Ich frage nach Geld, ja. Aber ja, also es hat sich eine unglaubliche Leichtigkeit einfach eröffnet. Und auch wenn ich Rechnungen kriege, habe ich vorher immer so, ja, bin ich dann immer gleich so in Panik ausprobieren und so, oh Gott, du skuschtest wieder so viel und ja, also ich zahle gerne inzwischen. Und ja, ich bin einfach an allen Ecken und Enden am Kreieren und habe unheimlich Lust gekriegt, so Co-Kreationen mit anderen zu machen und auch Anfragen. Und ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Heute hatte ich meine erste Radiosendung. Was? Ja. Wow. Congratulations. Und das hat total viel Fun gemacht. Oh wow. Ich bin ins Studio gekommen und habe erst mal nach so, oh, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die Technik funktioniert. und habe mich dann irgendwie so durchgeschummelt. Ja. Ja, aber gut. Und ja, also, aber es hat einfach total Spaß gemacht. Da war auch ganz wenig Aufregung eigentlich da, weil ich so voll eben, ja, diese Freude hatte, diese Sendung zu bringen. Oh. Und so habe ich es mit ganz viel und, ja, ich habe viel, viel, viel mehr Freude im Leben. Und ich habe jetzt auch seinen Kurs das Money Workbook eigentlich nicht nochmal durchgemacht. Mhm. Und habe aber jetzt gerade angefangen, das nochmal herzunehmen und es war irgendwie so witzig. ich habe, ich habe ja nach ein paar Dingen gefragt, wie ich da ohne Geld dazu komme. Und das war einfach, dass es mit dem Englisch besser wird, damit ich mehr von Exes verstehen kann und den Reviews halt wollte ich. Aber für beides habe ich ja letztes Jahr die Anfrage gekriegt, ob ich die Promotion beziehungsweise den Host übernehmen kann. Ja. Und, ja, das hat mir jetzt auch wirklich einfach unglaublich viel Freude gemacht, das zu machen. Wow. Und, ja, das ist irgendwie, ja, ist wirklich magisch, ne, dass genau das kommt, wonach ich Klapp habe und ich damit sogar noch Geld kreieren kann. Ist doch cool. Und wie kommt noch mehr solches? Das ist witzig, man hat so, viele Leute haben so viel Energie in einen Mangel gesteckt, wo man negative Gedanken über Geld hat oder man ist, man ärgert sich darüber oder man hat Ängste oder man fühlt sich nicht wohl. Also so viel über dieses negative Begetze hat man so viel Energie und Zeit, wenn man nur einen Teil davon wegnimmt und in zur Kreation damit geht, oh my God, das fängt ja die ganze Welt an, sich zu verändern. Und ich kann auch sagen, wenn man viel kreiert, ist es sehr schwer, nicht Geld damit zu verdienen. Da muss man sich sehr anstrengen, muss ich sagen. Und das ist, das macht so Spaß zu hören. Danke, Johanna. Wow. 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 Ja. Das ist auch nur möglich. Ah, genial. Also alle diese Geschichten und alle diese Veränderungen die ihr macht habt, wenn ihr zum Beispiel die mit zehn Leuten teilen würdet, was würde das für ein Beitrag sein, vor allem die Leute, die gar nicht glauben, dass es möglich ist? Und welche Inspiration kannst du sein in deiner Umgebung, in der ganzen Welt, was wirklich möglich ist? Vor allem die Leute, die dich kennen und euch allen kennenzulernen, die hören wahrscheinlich noch besser zu, als wenn jemand anders den sie nicht kennen. Oh, das kann man wirklich so verändern? Ist ja, ist echt, also nicht den Mund zumachen, macht den Mund auf, teilt gerne mit den Mund. Das mache ich schön lesen. Ja. Ja. Also ich habe das schon ganz vielen Leuten erzählt. cooles Thema für eine Radiosendung. Was? Hast du gesagt, ja, ne? Cooles Thema für eine Radiosendung. Guck mir da gerade so. Ich habe auch eine Radioshow. Ich habe sehr viel Pause eingelegt im September, Oktober, Oktober, November, Dezember. Ich werde jetzt wieder anfangen, ein bisschen mehr. Ich glaube, einmal pro Monat hatte ich auf Deutsch und die Resten auf Englisch und einmal ab und zu auf Schwedisch. Es war sehr durcheinander mit den Sprachen. Aber das Witzige war, ich habe gestern eins gemacht, nur weil irgendwie, ich weiß nicht, Freitag oder Samstag ist mir eingefallen, ich möchte über 50 Millionen Dollar reden. Wir hatten diese Energie im Kurs in Kopenhagen mit 50 Millionen Dollar kreieren und dann hat Gary das noch erwähnt in seinem Call und ich so, oh my God, das ist ja so eine Energie, massive Energie in meinem Leben, dass ich jetzt gerade in eine Kreation mit 50 Millionen Dollar und das wollte ich auch noch heute ein bisschen einfach ansprechen und ein paar Carys mit euch machen und noch mehr da reinschnuppern und was ist noch mehr möglich in größeren Summen von Geld, wo wir das vielleicht noch weniger möglich machen in unserer Wirklichkeit oder Gedanken, weil die sind so große Beträge. Ich kann mich ja zu 50 Millionen Dollar nicht so gut verhalten oder es ist ja, hatte ich noch nie in dieser Wirklichkeit, also weiß ich nicht genau, wie das ist, aber was ich gerade mache, ich schaue von verschiedenen Winkeln, wie würde mein Leben sein, wenn ich 50 Millionen Dollar hätte, wie würde ich wählen, was würde ich wählen, was für einen Wohlstand würde ich wählen, was für Leute, wie würde ich reisen, wo würde ich wohnen. In einem Tag, am Mittwoch fange ich ja nach Spanien zu fahren und ich habe jetzt meine ganze Wohnung fast sehr viel ausgeräumt, sehr viel weggeschmissen und jedes Mal, wenn ich was anschaue, wenn ich 50 Millionen Dollar hätte, würde ich das behalten. Wenn ich irgendwie unsicher bin, ob ich das eigentlich behalten möchte, habe ich einfach Fragen gestellt, wenn ich 50 Millionen Dollar hätte, würde ich das behalten. Und es war dann sehr deutlich, ja und nein, aber ich konnte trotzdem wählen, ob ich es behalte oder nicht, aber es ist einfach eine neue Perspektive, Fragen zu stellen. Und ich so, oh my God, eine Frage zu stellen von der Energie, dass man 50 Millionen hat, ist sehr unterschiedlich, als wenn man von seinen mehr begrenzten Ansichten Fragen stellt. Weil ich habe immer noch meine Begrenzungen. Aber wenn ich die Frage anders stelle, kriege ich auch ein ganz anderes Gewahrsein in dem Moment. Das bedeutet nicht, dass ich das lebe oder hundertprozentig lebe oder Teil davon lebe, aber es war sehr inspirierend zu sehen, okay, Fragen kriegen wirklich ein anderes Gewahrsein, wenn ich will, ich bin nur das anzunehmen in dem Moment. Und ich so, wow, was ist dann hier noch mehr möglich? Was kann ich noch mehr zu meinem Leben einladen? Was bin ich noch mehr willig und bereit zu empfangen? Bin ich auch wirklich willig loszulassen, alle diese Gedanken und Ansichten, die ich 40 Jahre lang in meinem Leben gehabt habe und auch von meinen Eltern auch noch angenommen habe, was eigentlich totaler Quatsch ist. Und da einfach ständig das in Frage zu stellen und ständig noch mehr zu schauen, okay, Lisa, bist du bereit, das zu kreieren, wonach du eigentlich fragst und das zu empfangen? Oder wird das irgendwie ein Wunschdenken sein? Ja, ja, wenn ich gewinne oder wenn ich einen reichen Mann bin oder wenn, wenn, wenn. Diese Wenn, die dürfen gerne inkludiert sein, dass es so passieren kann, aber es ist wieder, es wird nicht diese Backdoor, es wird nicht die Lösung sein davon, ich werde immer willig sein, zu kreieren. Und meistens sehe ich, dass ich, wenn ich eine Frage habe, da kommt schrittweise, ticke, ticke, ticke und dann, uh, es ist da, nicht nur, es ist da in einer Sekunde, nachdem ich frage, meistens, sondern es kommt schrittweise und es ist einfach wunderschön, wie man das kreiert mit dem ganzen Universum, mit den ganzen Leuten auf diesem Planeten und einfach Möglichkeiten sind sehr oft viel näher dran, als ich je geglaubt habe früher. Also früher habe ich gedacht, ja, das ist spät oder muss ich hart arbeiten. Und so, dieses Hartarbeiten steht mir wirklich nicht gut, obwohl ich es herrlich bin. Aber, lach nicht. So, das meinte steht für dich gut, den Spruch glaube ich mir. Klang sehr witzig. Das steht mir nicht. Das steht mir leider nicht mehr. Ich höre selbst, wie komisch das ist. Ja, ich lasse das dann einfach los. Wenn ich ernst werde, wenn ich das verließe, steht dir das wieder gut an dem Mangel, mit deinen Problemen? Nein, nein, gar nicht mehr gut. Okay, jetzt machen wir ein paar Klänge, schauen wir mal, ob ich das sagen kann, überhaupt ohne zu lachen. Oh ja, das ist interessant. Wir haben über Gewinn geredet. Wie viele von euch lehnen es ab, das Geld spielt, mit Leichtigkeit zu gewinnen, indem ihr euch von eurem Körper trennt, um den Verlust des Geldes durch diese Realität zu kreieren? Oh lala. Oh Gott. Unser wunderbar Schöner Körper. Alles, was nicht zulässt, das ändert, können wir zur Stunde nur kreieren. sehr oft trennen wir uns von unserem Körper und das ist nicht so einfach, danach Geld zu kreieren. Oh. Es ist interessant, wie viel Geld wollt ihr wirklich kreieren? Welche Summen könnt ihr anfangen? Also einfach mal prograt sein und damit spielen und wirklich, wirklich nicht ernst. Dieses Ernstsein, das ist auch nicht so ein gutes Ansehen, dürft ihr gerne wegschmeißen. Steht euch überhaupt nicht. Das ist mein Mögeling, ich stehe dir nicht. Leider. Eine Million steht mir ein bisschen besser. Zwei Millionen. Ich stehe dir wirklich viel. Aber wirklich, wenn du sagst, ja stimmt, aber deine ganzen Mangelgeschichten stehen dir wirklich nicht gut und riechen wahrscheinlich auch noch faul und sind ein bisschen alt und sind auch noch ein bisschen sehr viel Staub drauf und solche Sachen. Hey. Kann ich mal ganz kurz was aus meiner kleinen Geschichte erzählen? Hm? Als ich letztes Jahr auch bei einem Kurs war in München, auch Thema Geld, da hat die Curry gefragt, so, welche Summe wollen wir denn haben? Hm? 100.000, 200.000, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, nach welcher Summe. Und dann meinte eine, ja, so eine Million und dann ging es irgendwie sieben Millionen und dachte ich, sieben Millionen? Euro, das hat ja beknackt. Dann in Kopenhagen, dachte ich, ich hatte ja mal 15 Millionen verstanden bei Faster Change. Da dachte ich, ja, das ist okay und hat aber auch schon was mit mir gemacht, hat aber nicht mehr die Ladung wie sieben Millionen oder 100.000 oder 500.000 und dachte ich, oh, es hat sich was verändert. Dann haben die ja nochmal darüber gesprochen, es waren 50 Millionen. Da dachte ich, oh, wow, 50 Millionen? Nett! Und ich merke einfach, es verändert sich was, wenn man da einfach mit Spiel und Fragen stellt, hey, 50 Millionen, cool, ne? Und jetzt so, das kannst du nie schaffen, da reicht ein Leben nicht aus. Und das fand ich einfach so toll, wie sich da was verändern darf. wenn man da einfach nur wirklich so spielt, spielt, Spaß hat, was man da einladen kann. Danke. Was kann man da noch mehr einladen? Sind 20 Minuten überredet, was habe ich gesagt, okay, das Wort, das ständig zu meinem Kopf kam, ist Vertrauen. Ob man will, ich es sich selbst zu vertrauen, dass man was kreieren kann oder schlecht macht und einfach demotiviert oder ich weiß, wie oft ich zu irgendwelchen Gedanken hatte. Wenn ich nicht wusste, wie mich es kreieren sollte, fand das weh, dann habe ich irgendwann im Schlusswort gesagt, nee, das kann ich nicht oder ich kenne die Leute nicht, die mir helfen wollen oder ich habe kein Geld. oder ich hatte immer die interessantesten rechtfertigen Moments, nicht quitten wird. Aber dann sehe ich, da hatte ich kein Vertrauen, dass ich Unterstützung bekomme, dass es Möglichkeiten gibt, dass ich nicht alles sehen muss, bevor ich es wähle und auch nicht alle Schritte sehen kann. Ich kann eine Richtung sehen oder sogar ein Endprodukt von irgendwas, was ich kreieren möchte und auf dem Weg gibt es unheimlich viel Beitrag. Aber wenn ich keinen Schritt nehme, wie soll der Beitrag denn dann kommen? Nee, ich warte ja auf deinen dritten Schritt. Also mach mal was, Liesel. Aber wenn ich dann sitze zu Hause, echt funktioniert nicht, ich weiß nicht, was ich mache, das sind alle keine Fragen, da passiert gar nichts mehr. Aber wenn ich in der Frage bin, merke ich, kommen Leute zu mir, da sagt irgendjemand, ich so, genau das brauchte ich, um das nächste zu machen. Ich so, oh, das ist ja genial. Ich habe wirklich alle Möglichkeiten vor mir und die warten nur darauf, dass ich irgendwas wähle. Irgendwas, egal was. Und ich habe die letzten Monate nach dem Kurs und während dem Kurs sehr unheimlich, ich bin auch selbst aus meiner Komfortzone rausgegangen. Ich habe Sachen abgesagt, Projekte, nein gesagt, die ich gut kenne, die ich weiß, wie man das macht. Und ich möchte gerne zu, ich möchte so viel Neues einladen in mein Leben, was total, mich total irgendwie, fast unwohl, fast unwohl wirklich, damit ich überhaupt nicht weiß, wie ich das überhaupt kreieren kann oder soll oder werde. Und es ist wahnsinnig, die Energie von lebendig sein, wenn ich nicht alles schon weiß, wie man das machen kann. Und das gefällt mir sehr gut. Und das ist dieses Action ein Abenteuer, dass ich so, okay, ich möchte so viel mehr von dem in meinem Leben haben. Und hier habe ich ein Clearing Fudge. Jetzt müssen wir schauen, dass ich den richtigen nehme. Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein kann ich sein, um mir selbst nie zu vertrauen, um mich für alle Ewigkeiten falsch zu machen? Alle Ewigkeiten falsch zu machen. Oh mein Gott. Alles das ist, mag ich zählen, können wir das zerstören und nun kreieren. Good and bad, right, wrong, fuck all nine shorts, boys in the arms. Was würde passieren, wenn wir wirklich in uns selbst vertrauen würden und wüssten, es gibt ständig jemanden, der uns helfen kann und zu uns beitragen möchte. Ständig der Energie, Menschenmöglichkeiten und welcher Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein kann ich sein, um alles zu kreieren, was ich möchte. Und dann kann man, wenn ihr möchtet, mit Leichtigkeit, aber ich denke, das ist eine Frau Zesung, dass ihr jetzt gerne mit Leichtigkeit arbeiten möchtet, und kreieren möchtet. Also ist das alles nicht zulässt, kann man es zerstören und kreieren. Good and bad, right, wrong, fuck all nine shorts, boys in the arms. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen gemerkt habt, ich weiß es nicht, aber manchmal, wenn man am Anfang des Kurses, ich glaube, es war dieser Kurs oder war es ein anderer Kurs, viele Leute haben ständig diese Frage und egal, welche Fragen mich stellen, dann kommt das Wort Leichtigkeit am Schluss und wählen ständig, egal, was sie wählen, und mit Leichtigkeit, und mit Leichtigkeit. Und ich habe es schon ab und zu angesprochen, wo man, wenn man ständig das sagen muss, gibt es wahrscheinlich auch das Gegensätzliche in unserem Hirn, Kopf, Energie, Körper. Und ich kann nur merken, wenn ihr redet, auch vor allem heute, aber auch die letzten Mal im Kurs, gab es diese Energien. Es war wirklich mehr so eine Energie, wo das auch selbstverständlich ist, dass ihr mit Leichtigkeit kreieren könnt und empfangen könnt und wolltet. Das Willen ist da, mit Leichtigkeit zu kreieren und das ist, für mich ist das irgendwie, es macht mich so sprudelig, nur diese Energien zu empfangen von euch, weil ich merke, shit, mit so vielen Leuten zusammen zu kreieren in dieser Welt, oh my God, und ich möchte mehr mit euch kreieren, weil das macht so viel Spaß und ich arbeite auch an einer Fortsetzung. Jetzt machen wir wieder Teil 1, aber es wird anders sein, weil der Teil von uns war sehr viel, auch mit Lesen zusammen und ich werde wahrscheinlich ein bisschen weniger lesen im nächsten Kurs, aber ich weiß es nicht, ich hänge vom Kurs ab, aber im ersten Kurs habe ich es wirklich designt, um wirklich teilnehmen zu können an Garys Kurs, da muss man nämlich dieses Workbook durchlesen und das Telecall ist wirklich zum Lesen und ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu wenig gelesen. Das ist so witzig und wir werden auf jeden Fall auch eine Fortsetzung machen, aber wenn ihr am nächsten Call, am Call 1, diese Workbook weitermachen möchtet, könnt ihr auch Leute einladen, auch damit Geld verdienen und da wollte ich euch wirklich dazu einladen, wenn ihr das möchtet, könnt ihr ganz viel Geld verdienen, auch wenn ihr möchtet und Teil 2 wird irgendwann im Februar empfangen, ich arbeite noch ein paar Sachen durch und dann werden wir es irgendwann im Februar starten, ich werde euch noch rechtzeitig Bescheid sagen. wenn die Fortsetzung kommt und ich arbeite auch viel daran, weil ich möchte auch die Energie mehr sein von der Energie und es macht einfach Spaß an der Arbeit. Wahrscheinlich mache ich ein bisschen zu viel und wenn es so weit ist, weiß ich es und es kommt immer noch im Februar, ich mache es schon im Februar. Wir können nicht zu lange warten, ich weiß, wir sind Schümerleut. Wir wollen ganz viel mehr Geld verdienen, ich weiß und warum nicht? Warum sollten wir nicht die Ersten sein, die Millionen verdienen? Die nächsten 23 Millionäre hier heute im Chat. Was wird das, wenn wir in diesem Jahr alle Millionär werden? Oh mein Gott. Und ich möchte nicht nur schwedische Millionärin werden, ich möchte gerne Euro-Millionärin werden. Eure ist zehnmal zu viel, es ist schwedische Kronen. Wie wäre es? Ein Jahr dafür. Ja, ich bin dabei. Und wer war das? Ich bin auch dabei. Ihr seid dabei? Ach, ihr seid dabei. Ja, wir sind dabei. Ja, sagst du. Yes. Aber ich will mich auch gar nicht begrenzen auf eine Million, ehrlich gesagt. Ja, aber ihr könnt damit anfangen. Ja, anfangen, okay. Ich meine, wir sagen ein Jahr, wenn du nach drei Monaten eine Million hast, dann kannst du es gerne auf dich schmeißen. Dann machst du meine Million, dann seid ihr dran und dann machst du weiter. Diese Art von Competition, Konkurrenz mag ich sehr gerne nicht sagen. Wenn jemand eine Million kreiert, dann wird wahrscheinlich ich sehr viel Gas geben. Nee, ich weiß, es kann sich anfühlen wie eine Million wie eine Begrenzung, aber warum nicht mit so einer Begrenzung anfangen? Moment, nur eine Begrenzung von einer Million. Und wenn irgendjemand in diese Energie jetzt gerade geht, das ist für mich nicht möglich, ich stecke immer noch in, was weiß ich, Schuldmangel, Probleme. Können wir es stören und umkriegen? Ja. Oh mein, Schwarz, Boys, Meals. Überall, wo vielleicht diese Energie sogar ein Beitrag sein kann, heute schon irgendwas anders zu kreieren, egal ob es eine Million wird oder einfach mehr wird oder einfach eine Veränderung wird, weil manchmal es ist sehr provozierend, wenn man Spaß hat mit Geld und man billig ist, einfach, ja, wir gehen für eine Million. Und das ist für andere Leute nicht so, oh mein Gott, die sind ja schlimm. Es kommen einige Leute, die vielleicht auch, wenn sie das hören, später uns bewerten und wir so, und so what? Dann dürfen die das gerne machen oder die können auch wählen, mitzumachen. Warum nicht? Warum können wir nicht alle zusammen mitmachen und Spaß damit haben und einfach in eine Richtung gehen von einer Million oder zehn Millionen oder egal wie viele, aber einfach irgendwo anfangen und einfach diese Energie als Beitrag, egal wo du heute bist, ob das minus 30.000 oder 300.000 ist oder plus 500.000, ist egal, wo man eigentlich ist. Wenn man nur willig ist, einfach ehrlich zu sagen, da bin ich gerade heute, okay, ich gehe in diese Richtung, ich bin willig, mit dieser, in diese Energie in Action zu gehen, dass wir alle von uns ein Jahr haben, Millionär zu werden. Hey. Oh, oh, oh. Oh, es macht Spaß. Oh, mein Gott. Und Bärchen? Liesen, hängt es nicht auch damit zusammen, dass wir wirklich diese Signifikanz haben von diesen Werten, von dieser Größe, weil es heißt doch auch immer, es ist egal, das Kreieren von, keine Ahnung, einem Parkplatz oder einem Schloss. Ja. Eigentlich ist es, ja, ist es eigentlich wurscht und ein, manchmal braucht man ein paar mehr Action-Sachen zu machen, um ein Schloss zu bekommen als ein Parkplatz. Ja. Ja, ne? Und es ist nur das, die Willigkeit, alles zu machen, was da gebraucht wird von uns, in dieser Wirklichkeit, um das zu kreieren. In diesem Welt mussten wir vielleicht nur eine Frage stellen und da taucht das Parkplatz auf oder rechtzeitig die Frage stellen und wenn man zum Beispiel dann vielleicht viel mehr machen muss, um sein Schloss zu bekommen, ist man da bereit, das zu machen, ohne Signifikanz. Und das ist das Interessante, manchmal braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit oder das Universum braucht ein bisschen Zeit, um Sachen umzuändern, aber wenn man da keine Signifikanz hat, dass das groß ist, nur dass das also klein ist, hat man Muskeln trainiert und das ist viel leichter. Und wenn man willig ist, ständig dann diese Kleinigkeit und man wirklich ständig in, für mich ist es wie Parkplätze und andere kleinere Sachen, das ist für mich Training, um ständig die Energie in Action zu haben. Und dann mache ich größere Summe, kleinere Summe, quatschige Sachen, einfach Spaß damit zu haben und dann merke ich, falls die größere Summe irgendwas bei mir bewirken, dann arbeite ich damit. Deswegen spiele ich mit den Sachen, auch weil ich weiß, wenn ich will, ich will zu spielen, und dann lasse ich meistens alle meine Bewertungen weg und die Signifikanz, aber auch Willigkeit und Bereitsein, hey, ich gehe da schon hin, ich mache das schon, auch wenn es total unbequem ist. Ich mag die 50 Millionen, kriegen schon einige Änderungen in meinem System, die nicht total angenehm sind. Und ich so, okay, ist mir wurscht, mit 50 Millionen Dollar kann ich einiges in dieser Welt verändern, die ich gerne möchte. Und jetzt schaue ich auch wirklich die Energie, was für eine Veränderung möchte ich bewirken mit ganz viel Geld, damit ich auch, ich habe auch gemerkt persönlich, dass meine Wünsche gar nicht 50 Millionen Dollar entsprechen, diesen Tritane. Vor allem, was ich gefragt habe mit diesen 50 Millionen Dollar Energie, ich so, hey, ich muss meine Kreation viel größer machen. Die hängen irgendwie nicht zusammen mehr. Und ich so, okay, größer kreieren, nach größeren Sachen fragen und nach will ich sein, auch viel größer einen Einfluss zu haben in dieser Welt. Es hat sich einiges geändert bei mir. Und erinnert sich noch mehr. Und ich, oh Gott, nee, ich kann es, hey, feste rausschmeißen. Wirklich. Wow. Oh mein Gott. Können wir, wir haben alle diese Energieball gemacht, können wir alle in unsere Energieball diese Millionen reintun, 50 Millionen, eine Million, egal wie die Summe, einfach reintun? Ja. Ja, jetzt. Ja, immer jetzt, wenn ich irgendeine Übungen sage. Ja, 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 ja. Schlaf dran, erst mal in Donnerstag schlafen, überlegen, ob es richtig ist. Jetzt. Einfach in die Serie. Für euch. Einfach die Millionen reintun. Gut. Und dann ziehen wir Energie von allen Menschen, die da gerne dazu beitragen möchten, die gerne eure Leistungen brauchen, vielleicht eure Produkte oder Produkte, die ihr gar nicht kennt oder einfach dazu beitragen werden, diese Millionen zu kreieren. Und dann ziehen wir die Energie von all diesen Menschen, all diesen Möglichkeiten und dann schicken wir unsere Visitenkarten zurück, damit sie uns alle finden. Cool. Noch mehr? Noch mehr Energie ziehen von allen Möglichkeiten. Nicht versuchen, so rauszufinden, wie das ist und von wem oder des Menschen. Einfach Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten, die beitragen werden und diese Millionen kreieren werden mit uns. Als das nicht zulässt, get a man right, romper and pock, all my shirts, boys and girls. Und überall, wo ihr immer noch glaubt, das ist eine Fantasie und nicht eure Wirklichkeit, können wir das zerstören und umkrieren. Get a man right, romper and pock, all my shirts, boys and girls. Ihr dürft das gerne wirklich besitzen als eigentlich, das ist meine Wirklichkeit von jetzt an. Alles, was du nicht zulässt, weil ihr nicht begreifen könnt, wie das passieren soll oder dass du es überhaupt kannst, können wir das zerstören und umkrieren. Get a man right, romper and pock, all my shirts, boys and girls. Uhlala. Danke, dass ihr da mitgemacht habt. Danke dir. Wow, cool. Was ist da noch mehr möglich? Okay. Das war genial. Das war nett. Ey, die Energie, die ihr gerade habt. Was sind noch die unendlichen Möglichkeiten für uns alle? Ich würde mich wirklich auch bei euch bedanken, also wirklich bedanken, dass ihr dabei seid, auch nicht nur heute, aber ich meine auch die Energie, die ihr bisher kreiert habt, im Kurs, aber auch nach dem Kurs und was wirklich, was für ein Freitag, was für ein Freitag ihr seid, zu werden und auch so ein Chat auf Facebook und teilt das wirklich mit der Welt. Die Welt braucht es zu hören, dass es möglich ist. Das merke ich sehr deutlich. Und auch wirklich dieses Spaß, also ihr habt und Leichtigkeit und dass ihr auch sprudelig seid mit all diesen Möglichkeiten. Und wir werden mehr kreieren. Ich kann es wirklich deutlich spüren. Schauen wir mal, vielleicht gibt es noch mehr für Überraschungen weiterhin mit dieser Gruppe. Ich würde nicht überraschen, wenn ich euch zu irgendwas anderes einlade. Ich bedanke mich an euch allen. Dankeschön, dass ihr heute dabei wart und danke für alles. Danke dir, Liesin. Wir sparen alles ein bisschen Geld. Danke dir, Liesin. Danke. Danke schön, Liesin. Danke dir. Danke. Vielen, vielen Dank allen. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Bis rein. Danke für alles. Und auf bald. Ja, bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao, everybody. Bye, bye.